Man sieht es mir wahrscheinlich an, es ist wirklich ein eisiger und sehr starker Wind, der mir hier um die Ohren weht, es regnet auch schon. Zu Mittag hat es ja noch um die 19 Grad, da hat man fast schon mit Badehose rausgehen können. Nun hat es gefühlte Minustemperaturen, das wird sich auch die nächsten Tage nicht ändern. Zum Beispiel morgen, Dienstag ist die Höchsttemperatur 4 Grad, die nächsten Tage bis zu 5, bis zu 6, bis zu 7, aber höher wird es auch gar nicht mehr. Es wird uns auch dieser eisiger Wind und ständiger Schnee, Regen und Korpelschau werden uns auch begleiten die nächsten Tage. Es ist wirklich ein klassisches Aprilwetter, wie gesagt, man sieht es mir an, hoffen wir, dass es vielleicht nächste Woche umschlägt. Nach jetzigen Prognosen wird es aber wohl nicht besser, zumindest was diese Woche angeht. Hoffen wir aufs Beste.